Gnu, komm rein! Hey, Schatz! Gnu! Es nimmt schon auf, ne? Nein! Boah, das ist aber auch ein krasser Arm, wa? Das ist echt brutal! Der sieht gar nicht aus wie real! Der wird voll Platz gedrückt, deswegen! Können wir sie mal hochheben und sie einfach die ganze Zeit so halten, dass sie einfach alleine das macht? Ja, willkommen zu einem neuen Video! Heute machen wir nicht lachen Challenge! Ab mein Rücken! Das ist das alte! Das ist echtes Alter! Da sind wir wieder vereint! Nach zwei Jahren Kummer und Distanz haben wir es wieder geschafft, uns zu uniten! Korrekt! Gnu, mittlerweile eine erwachsene Frau! Ja, ich bin gereift! Maxi, wieso Maggie Simpsons wird nicht älter, weißt du? Sehr genau, man bleibt immer klein! Richtig! Warte mal, wenn ihr lacht, werde ich bestraft? Ne, nein, was passiert, wenn man nochmal lacht? Dann machen wir so bei Maxi! Na, dem gefällt dann alles! Ja, aber... Zeit! Voll gefährlich! Oh, ein Rettich! Wow, wie cool! Alter, ne, das ist nicht cool! Das Ding hat Tollwut! Warte mal, das ist doch von einem Dämonen besessen! Aber Rettich! Meerschweinchen! Ich hab das einmal gesagt, dann war das so ein Meme und dann dachte ich so, ey, wie dumm war das! Meerschweinchen! Meerschweinchen! Aber ist es ja auch nicht! Ein Frettchen! Ein Frettchen! Ein Frettchen! Ein Frettchen! Ein Frettchen! Oh! Oh, das machen wir nachher! Der Bär! What the fuck! Der Bär! What the hell! Er will nicht lachen! Er will nicht lachen! Maxi, nicht lachen! Ich hab noch gar nicht! Ich hab noch gar nicht gelacht! Nein! Ich lach gar nicht heute! Ich bin so dumm! Das war ein Lachen! Das war ein Lachen, ja! Bei dir, ja! Bei mir? Ich hab noch gar nicht gelacht! Aber wir müssen ihn doch bestrafen! Ja, wir bestrafen! Sollen wir... Das Band holen! Welches Band? Was kommt denn jetzt? Ja, genug wir holen das Band! Das Band, dass man auf fünf Stufen schaut! Aber für ihn nur? Ja! Warte, was für fünf Stufen? Kurze Frage, ganz kurz! Wer macht das hier drum? Darum? Wie viele Stufen gibt es? Ah, okay! Das war ein bisschen erschrocken! Warte, mach! Ich bin nur ganz kurz... Das ist nur eins, ne? Ne, okay! Falsch! Wenn ich den festhalte, krieg ich auch einen Stromschlag! Mach mal! Fühl mal! Nee! Okay, let's go! Bitte lacht nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Jetzt musst du mit zwei drücken! Hab ich schon! Nochmal! Nochmal! Ich erschreck mich voll! Ist es zu asozial gerade für dich? Nein! Absolut nicht! Okay, dann machen wir weiter! And it looks so pretty! Okay! Wow! Warum geht alles kaputt? Nicht lachen! Genug bitte! Ich leide! Nein! Nein! Das war voll süß! Du musst in die Kamera... Aua! Das war aber ganz schön stark! Ich hab außerdem auf drei gedrückt! Das spürt man! Ich wollte auf eins drücken! Ich musste damals ja Zivildienst machen, da musste ich so Kotze auffischen und sowas! Konnte ich so gar nicht so! Ich glaub bei Durchfall hätte ich echt Probleme! Das Allerschlimmste, das ich mal erlebt hab, war, wir hatten so ganz kleine Hunde... Oh mein Gott! Sind wir in die Küche gekommen und die Hunde waren echt so klein und die haben wirklich vom Boden bis hier so einen hohen Haufen geschissen, Durchfall, so richtig und so dick und dann hochgekackt und dann noch rübergekotzt! Hochgekackt! Das heißt, der eine hat geschissen und der andere hat sich nicht gesehen und rübergekotzt! Und es war in der Küche und die ganze Küche hat gestunken! Ja natürlich, ich hatte gestunken! Die mussten das essen! Ah, warum drückst du drauf? Ich hab die Macht, ey! Können wir heute so rausgehen in die Stadt? Es wär richtig geil! Nein! Wenn Maxi... Maxi muss Girls abchecken und wenn er versagt, dann kriegt er einen Schrumpel! Ja! Oh! Eulen! Nein! Nee doch nicht, stimmt! Das ist keine Eule! Boah, guck mal wie das... Das war das schon Teufel gewesen! Nee, das war kein Tasmatische Teufel! Das waren... Doch, guck mal wie es schreit! Wie der Teufel! Jaaa! Alter! Meiner! Entschuldigung! Ey, genug kriegt man da! Jetzt ehrlich! Mit 14! Mit 14, wa? Aber in einem Podcast hab ich auch gefurrt schon so dreimal und war das so aufgeregt! Echt? Ich find das so witzig! Es ist die 4, ich hab gelacht! Die 4? Ich hab gelacht! Maxi, willst du selber mal drücken? Nee, nein! Nee, ist wie selber ein Haaren! Du, 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 du! Mann, nicht diesen! Ahaha! Okay, warte, warte! Oh! Wieso machen wir das? Ich hab aber den Film auch schon öfter gemacht, das ist nur, man erschrickt! Können wir ganz kurz Stufe 2 machen bei... Mach mal Stufe 2! Du darfst doch selber drücken! Boah, ich hasse das, wa? Hier! Stufe 2 ist einfach so! Halt richtig drauf! Ah! Ich hab mich erschrocken, Alter! Ich mach eins! Halt aber drauf! Eins! Halt aber drauf! Ah! Ah! Ich kann das gar nicht, wa? Gib her deinen Arm jetzt! Halt drauf! Ah! Oh! 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 Oh mein Gott! Jetzt ist genug dran! Nein! Muss ich wieder dran machen? Ja! Dieser Hund, Alter! Oh! Dieser Hund, Alter! Oh! Oh! Der trinkt es wirklich! Oh mein Gott! Gruselig! Der weiß wie das geht! Ja und morgen nimmt er deine Kinder und dann hat er die... Sorgere... Den Sorgerecht! Das Sorgerecht! Warum hab ich das gerade gemacht? Ich so, der Sorgerecht, das Sorgerecht! Die Sorgerecht! Boah, das bist du genug! Nach dem Training so, ich kann noch einiges! Oh! 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 Oh, das ist süß! Hattest du mal so einen Hund genug? Oh! 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 Das Spiel hat mich so abgefuckt! damals im Stream, ne? Das Kookingsimulator! Boah! Das ist... Deluxe! Aber macht er gut! Aber süß, dass Gaming dabei ist! Ich fühl mich abgeholt! Toll! Und guck mal auf Sport! Oh, das ist gar nicht cool. Oh, das war richtig satisfying. Oh, das ist so ein süßes Ding. Hey, weißt du, was Koala für Geräusche machen? Ja, die schreien richtig ekelhaft, ne? Richtig gruselig. Boah, voll gruselig. Manchmal schreien sie süß und manchmal sind sie richtig so. Übelst, die Dinger sind gar nicht so cute. You can't be on the road. Ja, guck, der macht schon so Geräusche. You can't be on the road. You can't be on the road. Get off the road. Die sind immer so, die klingen immer so, als hätten die voll die krass verstopfte Nase. So wie ich, wenn die Pollen wiederkommen sind. So mal, so kling ich morgens. Na, Maxi, sehe ich dich. Ja, doch. In der Front row, sorry, hab gelacht. Ach, ich erschreck mich bei eins nur, aber es tut nicht weh. Ach, komm, ich mach auch noch mal ein bisschen. Nein, 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 ich mach nichts. Mach auch keinen Fünf. Nee. Finger auf der Eins, ja. Von Spider-Man. Von Spider-Man, ja. Ist das dumm, einfach. Maxi! Du, 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 du. Echt gut, ey. Nein, what the fuck, Alter. Diese Situation, wenn du aufhörst, dein Vater wirst nutzen und du hast keinen Bock. So klingst du dann. Fuck. So klingst du, okay. Das Bild geht nicht mehr weg jetzt. Was passiert da? Das ist, glaube ich, in Thailand, oder? Nee, in der Türkei oder nicht rechts? Oh ja. Er fährt einfach weg. Und er steht hier noch mit den Sachen, die er transportieren muss. Nein, das ist so arm. Das habe ich jetzt gecheckt. Was ist denn dieser gelbe Knopf? Nein, warte, 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 bevor du drückst. Aber der wird ja nicht stärker sein als fünf. Hast du fünf schon mal gedrückt? Nee. Ich drück mal aufs gelbe, ja? Achso, dann macht es ab jetzt Geräusche, wenn du drauf drückst. Darf ich einmal eins drücken? Aha. Ich habe auf zwei gedrückt. Ach, es hat ein Geräusch gemacht. Ja, mach auf eins nochmal und es hört hin. Nee, doch nicht. Hallo, es explosiert gleich. Ich verstehe den Knopf nicht, da kommt einfach nur Sound raus. Ich glaube, damit du es findest, wenn du es verloren hast. Die hat es nie gesehen. Wie geil. Einfach weg. Oh nein, gerade das leckerste Schiff. Das leckerste Schiff. Das ist mein, der ganz ruhig und gentle weggenommen. Das ist mein, ey. Oh, die ist so traurig. Oh, was passiert in Livestream? Wie geil einfach und alle so händerunter. Und alle checken es nicht. What the fuck. Das sieht so gestellt aus. Halt, ob das so schlimm ist. Kennst du die Compilations, wo die Leute so einen ekelhaften Stinkfisch aus Schweden öffnen? Habe ich auch schon gegessen. Ey, ich musste so, ist es wirklich so, dass man so kosten muss? Das war schon ekelhaft. Ich habe das sogar mit meinem Vater gedreht. Echt? In einem Auto. Muss man da wirklich wirken? Ich musste da schon wirken. Ich habe das sogar ins Gesicht bekommen. Weil die Flasche war so aufgedunsen und die war kurz vorm Explodieren. Und dann habe ich das Ding so kurz aufgemacht mit so einem Messer und dann in mein Gesicht. Oh, aber nach Verstinktes. Unbeschreibbar. Das ist für eine geile Lache, ey. Das ist für eine Lache, ey. Das ist für eine Lache. 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 Nein, ich kriege nichts. Du musst aber auch beides dran machen. Jetzt. Ah, jetzt. Ah, ah. Unwechsel. Wie kommen? Aua. Aua. Oh. Ah. Ah. Erstmal rein ins Anus. Ah. In die Klitten. Ach so, nee. Das war ein Typ. In den Skroto hinein. In die Euclid. In die Euclid. Bam. Au. Das ist ja voll süß, wie das so ein Geräusch machen wird bei euch. Es tut schon gut weh. So make sure they are not jumping in the pool. No jumping. No jumping in the pool. No jumping. No jumping. No jumping. Oha, wie gut. Das lachen müssen. Die Lache fand ich wie... Nee, die Lache ist kaputt. Nee, die Lache ist kring, ey. Mit der Musik hat es richtig gut gepasst. Kann ich vielleicht... Kann ich vielleicht einfach nur noch lachen? Kann ich einfach vielleicht... Oha. Ich weiß nicht, wie du auf die 2 aufzetzt. Ja, deswegen ja. Wird sie nicht. Ihr entscheidet jetzt. Drücken ja oder nein. Ich guck, jetzt haben die ein bisschen Zeit in den Kommentaren zu drücken und so ein bisschen abzubanken. Ist das zu viel oder zu wenig? Oha. Und die haben ja geschrieben. Ja. Nein, die haben gar nicht ja geschrieben. Sie werden... Warte, jetzt gleich. Da steh ich. Julien Bam. Der hat es ausgezogen. Ach mann. Ja. Ich wollte, dass du noch mal die 5 kriegst. Nee, 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 nee. Die 5 kriegst jetzt so. Genug. Wir haben alle schon Maxi mal gewirkt. Du musst einmal den Maxi... Choken. Einmal choken. Du musst es enjoyen. Schreib Ararara. Oh mein Gott. Irgendwie hat er das beigebracht heute. Sag Ararara. 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 Mein Gott. So, liebe Freunde, das war's. Verlierer war ganz klar Maxi, weil er am meisten gelitten hat bei diesem ganzen Video. Es tut mir leid. Es ist an sich ein sehr faires Video gewesen. Und schaut natürlich gerne bei Gnu vorbei. Das war's. Oder was? Du hast keinen Kanal. Du machst keinen YouTube. Auf deinen Drittkanal. Du hast sehr viel mehr für deinen Drittkanal gemacht. Du hast auch jetzt die Möglichkeit, dein Twitter auf jeden Fall zu promoten. Mein Twitter. Maxi-Fans. Ich heiß überall Maxi-Fans. Wenn Maxi-Oni-Fans macht, dann ist es vorbei. Jaaa! Meeeeee! Du lass mich rein in die Hölle. Ja, 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 ja. Ich weiß, du bist kein Gen aimed YouTube. Was bringt dich aus dieser Größe? Um mich zu teilen ist habu. Da wieder spielen. Drill direkt durch den Nasenloch. Drill soviel dass der Adit. Ich bin doppel.